Apple versüßt uns den Jahreswechsel mit 12 Tage lang kostenlosen App-Geschenken. Wie ihr hier sehen könnt, muss man sich dafür die App auch noch runterladen. Das kann man aber machen. Ihr hört hier schön den Sound. Die ganze Aktion geht vom 26. Dezember bis zum 6. Januar. Und jeden Tag gibt es eine Sache, die man nicht geschenkt bekommt. Es gibt aber auch Musik. Gestern gab es Coldplay-Musik und so. Es ist hier etwas Neues, wo man sich dann kostenlos eine App installieren kann.